so 102 prozent wir müssen auch mehr combo schaden spezialattacke so was müssen wir jetzt ausnutzen ja treffen wir nicht mehr aber ich glaube jetzt praktisch unverwundbar wenn wir es richtig machen ok so viel dazu ok wenn wir es richtig machen sind wir wirklich unverwundbar natürlich cool wenn es dafür noch ein item ist dass dieser perfekt bereich einfach größer ist aber der macht immer mehr schaden spezialangriff ich glaube je schwächer wird desto mehr schaden wird er anrichten also in späteren phasen halt so jetzt stirb aber das schaffen wir notfalls haben immer noch unser die kraft der freundschaft auf unserer seite wissen sie macht der fans ich glaube der mecker braucht noch ein paar upgrades aber schon besser als bisher ok selbst perfekt schaffen wir das nicht ich habe wirklich ob das irgendeinen nachteil hat wenn man dann hat diese kraft der zuschauer nutzt jetzt stirb haben wir eh schon gewonnen der erste treffer ist ja jetzt garantiert dass der trifft also erste angriff ist ein garantierter treffer so rum das ding liegt immer noch da ja Vielen Dank. War das vielleicht sogar schon der 6. Ranger? Ah, was haben wir denn hier? Ähm, so. Wo ist er? Der Arm. Wir machen dafür immer noch Vinyl. Ah, für Vinyl brauchen wir Plastik. Ja, komm, noch Anna Plastik. Ja. So, Material. Vinyl. Mecha Special Attacks. Eigentlich nicht so geil, ne? Aber vielleicht haben wir Schwerte noch Special Attacks, oder? Was haben wir auch noch, das wäre vielleicht sinnvoll? Mecha Crit Chance. Jetzt brauchen wir aber Metall und Gold Tape. Das hier können wir eigentlich noch recht einfach machen. Combo Damage. Jetzt haben wir zwar kein Holz mehr, aber das ist nicht so das Problem. Mal gucken. Moment. Das hier ist minimal besser als das hier. Ähm. Gucken wir mal. Was können wir denn nochmal upgraden? Den hier können wir leider nicht upgraden. Das wäre noch zu gut. Wo wir doch größeres Studio würde gehen. Ah, super. Ah, super. Ah, super. Ah, super. Aber die Sachen sind echt teuer. Ich weiß immer noch nicht, was Crafting Raid macht. Audience Gain. Das Ding ist, Audience ist ja immer noch limitiert, ne? Was können wir denn mal beim Marketing? Haben wir wieder Fan Power? Die Schauspieler wollen erstaunlich wenig. Ähm, Shop. Und wer ist nochmal der mit den... Der blaue Ranger ist das, ne? Ja. Pass auf, dann brauchst du, glaube ich, eine neue Pistole mal. Health ist ein bisschen weniger, aber Skill Region. Weapon und Attack. Ja, komm. Wird geholt. Und dann können wir mal gucken, was wir noch verkaufen können. Das hier können wir alles noch recyceln. Das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, habe ich noch so viel mehr. Komm, alles muss raus. Ach, was war das? Ähm, was können wir dann noch an Episoden aufnehmen? Ehre der Samurai Oh, wird ein Gast. Hier schaffen wir es eigentlich mal anzukommen, kurz bevor die Action losgeht. Samurai starben, ja natürlich. Jo, what? Okay. Okay. Ähm, was können wir alles? Alle zwei Teile, äh, okay. Das heißt, das hier, ja. Ich möchte gar nicht die Header erledigen. Wir können schon Warfare misieren, aber... ... 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 Auch noch ein Ziel für unseren Samurai am Ende. So. Du hast eine Sanktion mit zwei Runden Cooldown, das heißt, das kann man auch nicht mal direkt machen. Heal duken. Wer ist noch alles da? Okay, dann bin ich für einen Vierfachangriff. Ja, ist auch noch da, super. Okay. Squats turn, okay. 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 Oh, yeah. Okay, okay. Bis zum nächsten Mal.